echte schwäche ist am markt noch nicht zu sehen da ist nichts neues eigentlich gegenüber gestern gestern hatten wir die erste rote kerze werden gestern schon darüber gesprochen dass ich das abzeichnete das scheint sich heute noch mal zu wiederholen allerdings eine völlig paniklos rote kerze ein bisschen langweilig das ganze also der markt scheint eher nach rechts zu gehen und nicht so richtig den vortrieb mehr zu finden nach oben aber es sei ja auch völlig in ordnung nach so um deutlichen anstieg darf der markt auch durchaus mal eine pause machen und wir wissen so kleine rote kerzen das hatten wir ja auch schon mal haben noch nicht mal den markt richtig gedreht das kann jetzt natürlich anders werden deshalb noch mal der hinweis zieht den stop nach wenn ihr keine großen drops überleben wollt oder aussitzen wollt dann ist es vielleicht sinnvoller ein bisschen enger den stop nachzuziehen zum beispiel vier stunden chart das ganze zu machen naja ich weiß nicht ob parabolic im vier stunden chart ist vielleicht ein bisschen arg eng aber irgendwie sowas in der art und weise ist vielleicht nicht so schlecht wir können das noch mal im dax future auch angucken da ist der verlauf ein bisschen ausgeprägt dann natürlich da seht ihr dass das im vier stunden chart ganz schön knapp ist also da seht ihr das ist im parabolic nicht so sinnvoll der super trend aber aus meiner sicht völlig in ordnung also das wäre etwas zum beispiel beim dax future denkt dran verfallstag am freitag da wird dann umgestellt in den nächsten stunden der ein oder andere hat schon der nächste wird noch also auf den märz kontrakt aber das prinzip bleibt mehr oder weniger das gleiche die frage kommt häufig ist denn so ein kontraktwechsel dann auch gleichzeitig der richtungswechsel nicht notwendigerweise natürlich jetzt wo alle noch drin sind im alten kontrakt ist das sicherlich durchaus förderlich wenn der kurs erst mal noch so bleibt also es besteht eine chance dass der kurs mit dem kontraktwechsel erst mal dreh dass alle sagen so neue spiel neue karten jetzt wollen wir noch mal ein bisschen runter gehen das würde mich nicht mal wundern aber dieser druck dass das so sein muss der besteht da nicht also noch nicht wirklich panikmodus angesagt aber denkt dran ein bisschen gewinne ab sich ja nicht zu übertrieben drin bleiben sondern im zweifelsfall auch mal sagen okay nimmt man gewinne mit wenn der stop dann irgendwann mal gezogen wird das halte ich für durchaus sinnvoll und im zweifelsfall dann wieder rein zu gehen wer doch noch ein bisschen langweiliger unterwegs ist und das meine ich nicht bösartig sondern eben auf längere weile ausgelegt der kann ja das ganze auf tagesebene machen um nicht ganz sofort raus zu fliegen wenn es dann mal ein bisschen pause pause gibt aber wenn dann die eigentliche die große korrektur uns hier vielleicht in die mitte wieder zurückführt dann ist man rechtzeitig draußen und hat dann genügend gelegenheiten später dann wieder reinzusteigen spart also zeit was ja gegebenenfalls je nachdem was ihr genau handelt finanzierungs kosten opportunitätskosten oder eben was weiß ich verfalls kosten sozusagen dann spart das kann durchaus eine rolle spielen denkt da einfach so ein bisschen dran so also das für den dax aber ich habe gesagt so richtig schlecht nach abwärts sieht es noch gar nicht aus es könnte sich jetzt allerdings eine chance aktuell ergeben beim dow jones denn der dow jones hat im fünfminuten chart und vorsichtig wir reden jetzt von einem völlig anderen zeitsegment für diejenigen die wirklich kurzfristig heute nachmittag handeln hat sich eine starke abwärtsseite ergeben die jetzt im moment konterkariert wird von einer relativ wackeligen also schwächeren aufwärtsseite wenn wir irgendwo die unterseite triggern wäre das für mich klassischerweise ein short ich muss allerdings dazu sagen am liebsten habe ich das wenn wir so eine starke abwärtsseite haben wenn wir sowas haben wie eine a b c und dann können wir hier an der stelle den short initialisieren das ist zumindest mal eine vorgehensweise die wir gerne machen das heißt wir haben dann eine starke seite jawohl prima wir haben dann eine schwache seite wenn die schwache seite zu ende ist zum beispiel wenn das prinzip steigende tiefsteigende hochs zu ende ist das wäre ja bei dem bruch gegeben das wäre dann sozusagen der trigger um da rein zu kommen das prinzip ist grundsätzlich super aber nicht immer ganz lupenrein auszusortieren das letzte hoch was wir hatten das ist diese marke hier das vorletzte ist diese marke und das tief dazwischen naja ist das ja und da ist der entry dann doch ganz schön weit weg deshalb mal gucken wir es fast lieber wenn er noch ein bisschen rumeiert nachher noch mal ein bisschen höher geht so dass wir dann hier ein echtes neues tief hätten dann würde man immer noch sagen ja siehste guck mal ist doch korrektiv hoch und dann wäre sowas ein wunderbarer short trigger vielleicht kriegen wir das noch achtet da mal auf eigene faust ein bisschen drauf diesen entry finde ich zu weit weg das killt viel chance risiko verhältnis man ist relativ spät mit dabei wir hatten jetzt hier im 5 minuten chart eine wendekerze das hilft euch aber nichts mehr bis ihr das video seht ist die kuh vom eis die könnte so ein early bird einstieg hier eben bieten dass man sagt naja gut wir sind ja hier von diesem rücksetzer hier in die mitte wieder hoch in unsere klassische rücklaufzone also ein erster versuch wäre sowas zum beispiel schon wert aber wie gesagt das ist jetzt für euch wenn ihr das video seht etwas retro prespektiv hier die chance für die abwärts seite ist auf jeden fall gegeben ob das in einem schwung passiert oder idealerweise also ich würde mir das fast wünschen dann hätten wir so eine schöne situation und hätten hier einen ordentlichen neuen trigger für die neue abwärts seite also ich rede hier von short aber vorsichtig erst wenn auf der abwärts seite da irgendwie was getriggert wird und nicht zwangsweise im großen bild das was wir hier im fünf minuten chart sehen das kann jetzt massiv hier nach unten gehen was im vier stunden chart und schon gar nicht im tages chart in irgendeiner form vielleicht auffällig ist also möglicherweise sieht man den rücksetzer dort nicht mal den ich hier so großartig angekündigt habe also dementsprechend das was ich hier jetzt beschrieben habe das ist wirklich das kleine bild das kurzfristige bild das hat nichts damit zu tun dass ich zwangsweise daraus ableite dass jetzt der markt in sich zusammensackt also das ist nicht daran zu erkennen bitte übertreibt da nicht dass ihr das kleine bild überinterpretiert und jetzt ist das ende des bullenmarks angegeben es kann natürlich passieren aber das ist mitnichten hieran zu erkennen für all diejenigen die es interessiert werden hier geraten born bar im vier stunden chart ich habe es vorhin raus geschickt zumindest jetzt mal noch nicht als trade des tages mal gucken ob mir das heute jetzt noch gelingt sonst sicherlich wieder bei einer der nächsten aktion das ganze der gestrige dem warten der war hier nahe des einstiegs gerade wieder rausgegangen konnte hier schön nachziehen aber richtig gebracht hat er auch nichts der übergeordnete der gilt natürlich nach wie vor aber wir haben jetzt sogar noch mal einen neuen bekommen also auch das ein zeichen für eine wendemöglichkeit wenn die letzten vier stunden die könnt ihr ja so euch mal merken wenn die unterseite getriggert wird also das 16 uhr tief oder das was eben bis 16 uhr da passiert ist das wäre eine möglichkeit wie man damit umgehen kann und die situation gegebenenfalls für sich nutzt aber diese signale die haben jetzt keine wirkung dass die jetzt zwangsweise den markt über kilometer drehen sondern so wie von mir die immer relativ engen ziele dann eben sind es geht um rein raus danke ich nehme das mal schnell mit also sowas in der richtung ist das thema dieser geschichte aber es wäre ja durchaus nachvollziehbar für kürzerfristige rückwärtsbewegung insgesamt sehe ich da allerdings noch gar keinen druck wochenchart sowieso nicht tageschart naja gut dies jetzt mal rot ja meine güte das hatten wir zwischendurch auch mal also das ist alles noch nicht wirklich drama modus wir sind immer noch im bullenmarkt zieht die stops hinterher freut euch über den gesamthaftigen markt aber seid ein bisschen vorsichtig dass ihr nicht jetzt sagt kann gar nicht fallen beim s&p sieht die situation interessant aus ich habe dort mal in fleißiger vorarbeit euch ein paar linien mit rein gezeichnet für diejenigen die das interessiert diese linien ergeben sich im prinzip das ist jetzt der tageschart aus diesem gesamtbild was wir hier haben und zwar geht es ja darum dass wir hier mehr oder weniger eine erste haben eine zweite welle eine 1 2 3 4 5 dritte welle dann hier die vierte welle ja mit überschneidung kann man darüber nachdenken ja nein gar nicht so relevant jetzt wieder irgendwie ein impuls und wenn das alles so stimmt dann ist sowohl für diese gesamte fünfte welle als auch für diese fünfte welle gibt es so zwei zielbereiche die herausstechen vorsicht zielbereich heißt nicht dass diese zone magnetisch ist da muss der kurs hin jetzt ist er so dicht denn den saugt da jetzt hoch so ist es nicht gemeint aber das wären typische marken aus charttechnischer sicht hier durch projektionen durch größenverhältnisse wo man sagen kann naja da wäre das erreichen nicht untypisch aber eine chance aufs drehen einen kleinen bereich den ich gar nicht übermäßig toll findet er ist ungefähr bei beim future hier bei den amerikanern ja schon der märz kontrakt also märz 2024 die haben ja schon umgestellt da ist diese zone in etwa bei 7000 entschuldigung um himmels willen nein nein bei 4730 35 jetzt weiß ich dass einige von euch mit ganz unterschiedlichen titeln unterwegs sind also nicht alle den future im original handeln und deshalb dann natürlich häufig stöhnen und sagen damit kann ich nichts anfangen diese marke ist nicht mehr so arg weit weg das ist vom aktuellen stand was haben wir jetzt 17 uhr 11 in deutschland da ist der kurs bei 705 das habe ich gesagt bei 35 also 30 punkte über dem stand den ihr habt um 17 uhr 11 in etwa nur dass sie so eine orientierung habe dann könnt ihr euch das in eurem chart selbst wenn ihr abweichende punkte habt das ist ja manchmal bei cfds so oder je nachdem was ihr dafür merkt ihr euch betrachtet als orientierung ganz hilfreich die nächste zone und die ist relativ einfach zu finden die orientiert sich future mäßig oberhalb des jahres des allzeithochs hier was wir hier haben das ist bei 4810 auch das könnt ihr in relation bringen also so ungefähr noch 100 punkte ein bisschen mehr ist das neue allzeithoch gemessen auf dem future ja das ist nicht exakt gleich beim index aber bei den handelbaren produkten also winzis handeln ja dann die futures normalerweise das ist dann immer eine ganz gute orientierung und leicht oberhalb diese zone geht unter umständen noch bis 4850 in etwa also ihr seht so in diesem bereich das wären die ziele für die bewegung und dann hätten wir gleich mehrere bedingungen wir hätten so eine klassische zielbox wir hätten hier einige widerstände wir hätten ein neues allzeithoch und ich erzähle ja immer wieder die geschichte von allzeithoch wenn das erreicht wird überschossen wird ist danach irgendwann abnehmender kaufdruck und der markt sagt gerne in sich zusammen das kann ich mir hier vorstellen das ist nicht zwingend wir werden uns das rechtzeitig angucken aber ihr seht noch ist ja potenzial nach oben da im kürzerfristigen gibt es auch keinen druck nach unten anders als der dow jones hat der s&p diese vielleicht so ein bisschen schlappe hier ganz anders ziemlich heftig wieder wettgemacht also insofern der s&p hat keinen druck also wenn der s&p jetzt überhaupt keinen druck nach unten hat sondern vielleicht sogar eher noch chance nach oben dann muss man auch nicht unbedingt bei dow jones gleich im panikmodus verfallen also nicht übertreiben mit der short seite wirklich bestätigen lassen wie ich das eben angedeutet habe und nicht einfach tolle idee mache ich schon mal vielleicht nicht so clever der s&p also wie gesagt im moment überhaupt nicht super bärisch eingestellt das sieht aus wie eine seitwärts korrektur nicht deshalb alleine seitwärts weil das hier so lange zur seite ging das ist im nachthandel gar nicht so untypisch dass da halt keiner sich aus dem fenster lehnt ist ja auch keiner da alle schlafen außer australien und japaner die chinesen handeln nicht amerika die japaner sind auch nicht so wirklich intensiv auf amerikanischen markt unterwegs die australier werden es dann auch nicht reißen gegen wen denn also insofern das müsst ihr theoretisch mit einer schere einfach rausschneiden weil da keiner da ist aber spätestens wenn europa wieder da ist dann haben wir so eine a b c seitwärts korrektur die endet häufig mit schnellen rücksetzer das würde also auch zum dau passen und wenn dann die bewegung jetzt zügig weiter wieder hoch geht ist das eben schnell vergeben und vergessen wird man ja auch nicht nach unten getriggert dann ist es beißt sich das überhaupt nicht also keine richtigen short avancen auch nicht im kürzerfristigen im moment beim s&p 500 aktuell so beim nasdaq haben wir haben wir haben wir haben wir auch noch keinen richtigen druck nach unten die kerze könnte eine wendekerze werden wir haben heute heute sei schon in den letzten wochen schon mehrmals so situationen gehabt wo der markt solche wendekerzen hatte teilweise getriggert teilweise nicht ein bisschen ging es ja auch runter vorsichtig diese kerze hat einen sehr kurzen tail auf der oberseite ist also sehr aussagelos bisher und zweitens sie müsste ja auch noch getriggert werden und drittens vorsichtig der tag ist noch langs längst nicht rum die kerze kann nachher noch ganz anders aussehen also bitte das nicht überinterpretieren trotz alledem für die schnellen augen von euch die vier stunden kerze die wir heute mittag bis 16 uhr hatten die gab tatsächlich so ein umkehrsignal wer irgendein short signal mal sucht der wäre damit hier eigentlich auf der short seite wenn das tief des wir um 16 uhr hatten also dieser kerze die vor also 12 bis 16 uhr war durchstoßen ist aber ihr seht auch hier gab es wieder eine relativ deutliche gegenbewegung also so richtig viel druck nach unten ist da auch nicht aus meiner sicht besteht also nach wie vor die chance dass es weiter nach oben gibt geht das scheint mir durchaus begründet allerdings muss man halt sagen wir sind sehr weit folge fortgeschritten dieser rücksetzer kann nun jederzeit passieren zieht also eure stops hinterher wenn ihr long seid damit ihr da nicht wenn es dann doch irgendwann mal in sich zusammen sagt nachher das lange gesicht habt und sagt auch damit habe ich nun gar nicht gerechnet jetzt habe ich alle gewinne die ich hier gemacht habe wieder weg das wäre dann auch schade short aktiv zu gehen naja wenn ihr so ein signal mal habt kann man mal so ein kleines zwischenschort ding machen aber ihr seht ja das wird dann auch schnell wieder konterkariert und dementsprechend aktuell da relativ wenig zu machen wenn fand ich also den dow jones am besten man muss aber dazu sagen S&P und Nasdaq spielen nicht mit was das angeht stoßen nicht ins gleiche horn das muss aber auch nicht sein S&P und Nasdaq sind tendenziell anders als der dow jones und dementsprechend dürfte das andere durchaus gehen wenn es wie gesagt ich hatte die zeichnung ja reingemalt sich entsprechend ausgeht und getriggert wird da gegebenenfalls dann nochmal short zu machen und zwischenschort das kann man immer mal zwischendurch gut gebrauchen ansonsten weiterhin erstmal bullenmarkt wir werden sehen wohin er noch führt wir haben ein bisschen grenzen durch die hochs durch die allzeit hochs die wir da in erwartungshaltung haben vielleicht geht es bis dahin nochmal hoch und dann werden die karten neu gemischt vielleicht fällt das ja sogar mit dem verfallstag am freitag zusammen wir werden das sehen und ich werde euch auf dem laufen anhalten in diesem sinne euch erstmal alles gute und liebe grüße Reichweite j j Vielen Dank.